Das Wohngeld Plus ist ein staatlicher Zuschuss zur Miete für Menschen mit kleinen Einkommen. Es hilft aber nicht nur Mieterinnen und Mietern. Auch wer eine Eigentumswohnung oder ein Haus besitzt, kann für die Tilgung seiner Kredite Unterstützung bekommen. Was viele noch nicht wissen, wenn du wohngeldberechtigt bist, hast du einen Rechtsanspruch auf diese Leistung. Deshalb ist es sinnvoll zu prüfen, ob du die Voraussetzungen erfüllst. Am besten online mit dem Wohngeldrechner des Bauministeriums. Dazu später mehr. Ob du wohngeldberechtigt bist, hängt von einer komplizierten Rechnung ab. Eine einfache Gehaltsgrenze gibt es nicht. Das Wohngeld wird berechnet anhand von deinem Einkommen, deiner Miete, der Größe deines Haushalts, also wie viele Leute bei dir leben und anhand deines Wohnorts. Wer sehr wenig verdient und sehr hohe Ausgaben fürs Wohnen hat, bekommt die größte Unterstützung. Also beispielsweise, weil er oder sie in einer teuren Großstadt lebt. Wer aber ein höheres Einkommen und geringe Wohnkosten hat, bekommt weniger oder kein Wohngeld. Seit 2023 gibt es das Wohngeld Plus. Das haben wir im sogenannten dritten Entlastungspaket eingeführt. Das heißt, mehr Leute haben ein Recht auf Wohngeld. Vorher konnten 600.000 Haushalte Wohngeld bekommen. Jetzt sind es zwei Millionen Haushalte. Insgesamt geht es nun um 4,5 Millionen Menschen in Deutschland, unter ihnen Alleinerziehende, Rentnerinnen und Rentner, Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Studierende, die keinen Anspruch auf BAföG haben oder dieses als Volldarlehen bekommen. Künftig können auch Beschäftigte Wohngeld bekommen, die Mindestlohn verdienen. Wer schon andere Transferleistungen erhält, bei denen die Wohnkosten berücksichtigt sind, bekommt kein Wohngeld. Das heißt also Empfänger von Bürgergeld, Sozialgeld oder BAföG. Das Wohngeld Plus wird im Durchschnitt um 190 Euro auf 370 Euro pro Monat für die bisherigen Wohngeldhaushalte erhöht. Die genaue Höhe des Wohngelds hängt davon ab, wie hoch Miete und Einkommen sind und in welchem Ort man wohnt. Zwei Beispiele. Ein Rentner in Berlin mit einer monatlichen Rente von 1.259 Euro brutto und Kaltmiete von 500 Euro bekommt monatlich künftig 252 Euro Mietzuschuss, anstatt bisher rund 74 Euro. Ein Plus von 178 Euro. Für eine vierköpfige Familie in München mit Einkommen von 2.386 Euro brutto und Kaltmiete von 1.000 Euro steigt das Wohngeld von 481 auf 804 Euro, ein Plus von 323 Euro. Zudem werden die Einkommensgrenzen des Wohngelds deutlich angehoben, sodass mehr als eine Million Haushalte, deren Einkommen bislang zu hoch für den Wohngeldanspruch waren, erstmals Wohngeld beziehen können. Zwei Beispiele. Bisher ist ein Single, der in einer besonders teuren Gegend lebt, wohngeldberechtigt, sobald er weniger als 1.797 Euro brutto verdient. Künftig steigt die Grenze auf 2.301 Euro. Für eine vierköpfige Familie in einer teuren Gegend steigt die Einkommensgrenze von aktuell 3.697 Euro auf 5.077 Euro. Um die hohen Heizkosten in Zukunft abfedern zu können, enthält das Wohngeld Plus auch eine dauerhafte Heizkostenkomponente. Wer Wohngeld bezieht, wird künftig bei den Heizkosten entlastet, indem die Warmmiete bezuschusst wird. Das führt im Schnitt zu 1,20 Euro je Quadratmeter mehr Wohngeld. Du kannst ganz einfach online mit dem Wohngeldrechner des Bauministeriums ausrechnen lassen, ob du Wohngeld Plus bekommen könntest. Prüfe das am besten gleich. Wir haben dir den Link in die Videobeschreibung gepackt. Wenn du Wohngeld beantragen möchtest, sind dafür die Kommunen zuständig. Das bedeutet, dass der Antrag beim entsprechenden Wohngeldamt der Gemeindeverwaltung, Stadtverwaltung, Amtsverwaltung oder Kreisverwaltung eingereicht werden muss. Das geht per Post, persönlich und an einigen Orten auch online. Das Wohngeld Plus ist nur eine von vielen Entlastungen, die wir jetzt wegen der Inflation für die Bürgerinnen und Bürger beschlossen haben. Wenn du wissen willst, welche Entlastungen du dir per Steuererklärung jetzt zurückholen solltest, dann schau dir doch mal dieses Video an.